Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge Nummer 83 von PokeMMO. Ja, dieses Mal habe ich es richtig gesagt. Wir haben es auch vorher besprochen. Nicht so, als ob wir es nicht vorher durchgegangen sind, Wort für Wort. Ja, so ungefähr kann man das übersetzen. Wir sind hier im Pokémon Center von Moosbach City angekommen. Ihr seht nach wie vor auch in Channel 6. Also wer uns mal besuchen möchte, man findet uns bestimmt hier regelmäßig irgendwie mal rumdümpeln und rumgammeln. Jetzt haben wir überlegt, wo wir hingehen. Ob wir nach Cerinus, Gott, was ist das für ein Ort, Cernero will gehen oder nach Flossbrunn. Aber erstmal brauchen wir Taucher, sowieso, also raus hier. Es ist sowieso erstmal noch ein Event da draußen. Also jetzt direkt von der Arena hier quasi ins Pokémon Center gegangen. Und da unten seht ihr so ein paar rote Gestalten mit Kapuzen. Die uns ja irgendwie bekannt vorkommen, ne? So ein bisschen. Auf alle Fälle quatschen wir die mal an. Mal gucken, was passiert. Und ab. Toll, jetzt habe ich extra meinen Zoom-Packs nach vorne genommen, Schweinehunde. Hinterher! Auf sie! Oh, ja, ganz schön viel los. So, mal denn. Wie angekündigt wollen wir den Raketentreibstoff haben. Na, mal gucken. Ich trainiere jetzt mal meinen Zoom-Packs auf Level 51, weil dann erlernt das Erdbeben. Das ist jetzt so mein nächster Plan. Aktuell ist es auf Level 44 noch um den Dumpen. Ah, zack. Aquawelle müsste ja ausreichen. Jawohl. Super. Doch alle dieselben. Hm. Die selben unterentwickelten. Kein Treibstoff mehr. Trink Red Bull. Ähm, heb bloß nicht... Sprite. Sprit, genau. Heb bloß nicht ab, nur weil du mich besiegt hast. Ist doch okay. Wir warnen dich offen und ehrlich. Wir sind nicht hinterher dich. Nein. Überhaupt nicht. Oh, und come on. Offen und ehrlich. Aus dem Mund von Team Magma. Hm. Das ist sehr effektiv. Oh. Fuck, jetzt hei ich. Wir sollten doch heimtückischer sein. Okay, ich habe dazugelernt. Nächst mal werden wir uns nicht vorher ankündigen. Wir sind hinter den Ra... Wer ist so blöd und kündigt einen Raubzug an? Team Magma. Wir sind hinter den 3-Raketentreibstoff her, welcher am Raumfahrtzentrum gelagert wird. Erzählst du nichts, was interessantes? Oh, gerade. Die Magma ist gefährlich. Die Magma will unser Traum vernichten, bla. Also immer so irgendwie dasselbe im grün. Können wir nicht erlauben, das zu gefährden, bla. Ja. Nichts besonders. Okay. Können wir weitermachen. Bitte. Kannst du mir etwas Treibstoff geben? Ein bisschen würde schon reichen. Was wir hier mit dem Raketentreibstoff vorhaben? Wollen Sie euch das wissen? Äh... Geht doch die Treppe hoch und frag unseren was. Warte mal. Da ist ein Magma-Emblem auf dem Tisch. Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen gerade. Tatsache. Geh mal hin. Warte das mal an, vielleicht. Das ist eine Ankündigung eines Diebstahls an die Belegschaft des Rompferzentrums. Wie geht es euch? Wir hoffen, gut. Schon bald werden wir euch einen Besuch abstatten, um euren Raketentreibstoff zu stehlen. Bitte versucht nicht uns aufzuhalten. Wir nehmen den Treibstoff auf jeden Fall mit, egal was ihr unternehmt. Und dass die Landmassen wachsen. Team Magma. Fährt nur noch so ein Höflichst oder so runter, weißt du? Ja. Und der Boss hat mich angewiesen, absolut niemanden durchzulassen. Okay. Okay, mein Name ist Niemand. Lass mich durch. Ja. I'm Mr. Nobody. Niemand hat mich besiegt. Ich musste niemanden durchlassen. Ich bin so gut. Niemand ist so gut. Ah, schön. So. Das Magneum kriegt gleich mal einen Surfer hier ab, womit die komplette Raketenwasserstation... Raketenwasserstation... Die komplette Raketenstation unter Wasser steht. Mann, 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 Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Raketenwasserstation. Die Raketenwasserstation, ja. Sag mal, wenn man mehrere Magneen hat, wird der Angriff dauerhaft immer Stück für Stück gesenkt oder immer vom Anfangswert? Immer um eine Stufe. Also sprich, wenn man sechsmal Magneen drin hat und sechsmal Bedroher, wird auch sechsmal der Angriff weiterhin gesenkt. Oh. Na, ist es. Es sei denn, er tauscht es aus. Dann wird es zurückgesetzt. Hm. Okay, das ist ja mies. Ganz normale, simple Statusveränderung. Okay. Oh, ich bin Niemand. Danke. Bitte, sag unserem Boss, dass ich meinen Post niemals verlassen habe. Ich habe ihn bis zum bitteren Ende gehalten. Ja, ja. Alle meine Pokémon besiegt. Oi. Überraschung. Was ist los mit dir? Wir sind drei und trotzdem willst du gegen uns antreten? Nein. Gute Antwort. Eine kluge Entscheidung und Tschüss. Guck mal, klick mal auf Nein. Da steht ja jetzt ein Stück weg. Oder hast du schlupft? Ja, geklickt. Ah, schade. Äh, so. Was ist los mit dir? Ja, ich will. Du bist ein rücksichtsloses Etwas, oder? Okay, ich fang an. Oh, nicht schlecht. Einfach Nein. Wieder raus. Einfach Nein. Ey, ernsthaft schickt der jetzt echt einen Subbat in den Kampf? Gegen meinen Sumpex? Ich bin enttäuscht. Jetzt kommt gleich der Doppelkampf mit Treu. Das wird cool. Ich habe verloren. Ich nach. Sei nicht so erleichtert. Jetzt komme ich. Mach Platz. Ich bin der Landvogt. Dabei liebe Grüße an den Karo 7. Nur mal so nebenbei. Spruch kommt doch von ihm, oder? Nein, aber es ist von Bane eher ein Spruch. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Bane? Mach Platz. Hier kommt der Landvogt. Ja, so haben wir beide gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo es ursprünglich herkommt, ganz ehrlich. Hm. Ja. Ich habe auch verloren. Ich wette, du sehnst dich nach einer Pause. Aber die gönne ich dir nicht. Pause. Pause. Ja, Pause. Schwachsinn. Mach mal weiter. Die haben aber auch schwache Pokémon. Ich meine, diesmal sind wir echt nicht wirklich überlevelt, oder? Ach, doch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich geziertes Training gemacht haben wie ein Kanto, wo wir sagen, okay, wir haben immer hochgeballert. Trotzdem sind wir überlevelt. Wir hätten eine Pause einlegen sollen. Das hätten wir wirklich gebrauchen können. Ja. Komm, was erzählst du noch? Wir drei haben verloren. Jetzt stehen wir echt doof da. Yep. Drei gegen ein. Und schau, was aus uns geworden ist. Wirklich, ey. Wir haben unserem Bust überhaupt helfen können. Erzählen dir was Interessantes? Brauchen wir Team Magma unseren Raketentreibstoff überhaupt haben? Wirklich. Team Magma, ob sie uns auch weiterfliegen wollen? Wenn Team Magma den Raketentreibstoff nimmt, kann ich nicht ins All fliegen. Sie dürfen mit so einer Schandtat einfach nicht davon kommen. Alter, du bist ein alter Sack. Du hast sowieso nicht die Möglichkeit, ins All zu fliegen. Du musst körperlich fit dafür sein. So, mal gucken, was Treu jetzt hier sagt. Team Magma, was wollt ihr mit dem Raketentreibstoff? Du bist so wissbegierig. Wir werden dich aufklären. Wir wollen den Treibstoff über den Schlotberg abwerfen. Nun, wo Grodon weg ist, hat dieser Berg keinen Nutzen mehr für uns. Daher werden wir den Vulkan mit Hilfe des Treibstoffs zum Ausbruch bringen. Das wird wild. Oh mein Gott, der ist drei Meter zurückgesprungen. Und jetzt? Astral, dann hilfst du mir. Dann lass uns als Team kämpfen. Bist du bereit? Nein, ich will alleine kämpfen. Dann Beeilung, Beeilung, Beeilung. Okay. Die warten auch so lange auf uns. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Grodon nicht kontrollieren. Unser Plan, die Landmassen zu vergrößern, ist vielleicht doch falsch. Das war echt der Kampf? Hä? Eigentlich sollte jetzt ein Kampf kommen. Ach, dann haben sie nicht implementiert. Ach man, komm schon. Wenn wir Team Agma uns geirrt haben, dann liegt Team Agma mit seinem Plan, das Meer auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Gut, wir werden den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtige Dinge, um die ich mich kümmern muss. Mann! Huh, das war vielleicht nervenzerreißend. Danke Astral, ich habe etwas, dass ich dir jetzt Dankeschön geben möchte. Komm. Komm mich bitte besuchen. Ach so, ich lebe nicht in Meta-Ross-City, ich lebe hier auf dieser Insel. Mal gucken, was hier jetzt interessant ist. Alle Entwickler von PokéMMO, falls ihr das hier gesehen habt, was mich wundern würde, weil das ist ja ein deutscher Channel, bitte implementiert diesen Kampf. Das ist einer der geilsten Kämpfe überhaupt. Der muss rein, ganz ehrlich. Dann für diejenigen, die den in der Zukunft hier machen. Ja. Aber das ist echt enttäuschend gerade gewesen, naja. Da kämpfst du wirklich, du kämpfst im Doppelkampf mit Treu zusammen gegen die beiden Anführer da, gegen die Magmas. Einfach nur geil. Wo ist jetzt Treu's Haus? War es hier oben? Ne, das war der Angler. Das war ganz unten irgendwo. Ich glaube hier links war es. Ich würde sagen hier. Ah. Okay, eins drüber. Tut mir leid. Tut mir leid, falsches Haus. Komm, Astral. Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kalt die Räume hier sind. Hier, nimm diese VM. Sie enthält Haucham. Ich habe das meinem Pokémon schon beigebracht. Yay. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Und jetzt setzt er sich auf diesen Stuhl und gammelt rum. So, zack, 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 taucher. Da, benutzen. Oh, jetzt mal Taucher, ne? Zumpex. Den kann ich jetzt überhaupt lernen, hier, frage ich mich. Hier ist noch ein Wasser Pokémon brauche. Dann hat man keins, ne? Die Ocarina dazu. Das Ocavaloras könnte es lernen, aber ne, will ich es ehrlich gesagt nicht lernen. Oder warte mal, gibt es... Oh, es gibt gerade ein Taucher-Ocarina für 320. Kannst du dir natürlich leisten, ne? Die kaufe ich mir. Will gerade nicht Taucher lernen, so. So, kein Moment. Wieder da. Äh, Quatsch. Guten Tag. Passt für mich. Ja, dankeschön. Äh. Es funktioniert mit dem Global Trade Link, hast du ja schon mal gezeigt, ne? Sonst... Wollte ich schon sagen, sonst hätte ich gewartet, bis ich dran bin mit der Aufnahme. Aber okay, dann... Lassen wir das. Öh. Okay, das war's. Ich hab Taucher gelernt, ohne Taucher zu lernen. Haha, ich bin so gut. So. Hm, da. Warte mal, ne? Okay. So, ich werde noch ganz kurz ins Pokémon Center die AP auffüllen. Ja, gute Idee. So sind wir alle topfit. Nice. Dann gehts ab in die Tiefen der Tiefe. Eine Frage, was machen wir jetzt zuerst? Wollen wir nach Ceneroville? Wir können ja erstmal so in der Nähe, naja gut. Wir testen erstmal Taucher. Hier ist eine Stelle zum Tauchen. Wollte schon sagen, die tiefen Stellen da oben, die könnten wir ja erstmal durchsuchen. Da gibt es die ganzen Farbstücke. Und wie siehts aus? So unter Wasser? So unter Wasser, aber irgendwie konnte ich hier grad nichts aufsammeln. Manche sind versteckt. Ich muss an die dunklen Stellen manchmal suchen. Unter Wasser sind manchmal so dunklen Stellen. Da sind meistens versteckte Items drin. Mann! Ich muss mit der Maus draufklicken. Okay. Ich würd ja gern mal auch gucken, aber ich werd hier von 100.000 Palupas aufbeleiten. Haha. Nice. Ich setz am besten gleich mal Schutz ein. Obwohl, scheiß drauf. Hab ich überhaupt... Ohne Whale mal, beschwör ich dann. Ein Töntauser. Hier ist ne Herzschuppe übrigens. Hm? Hab ich aufgesammelt. Ich will tauchen. Hey Lepper. Hm. Okay nicht. Also Schutz ist doch keine so schlechte Idee hier. Glaube nicht. So. Zumindest Oberwasser. Unterwasser ist ja... Hm. Oh ich kann mal lang schwimmen. Oh warte mal. Ich tauch mal erstmal da oben. Da ist nämlich was. Hm. Seh ich auch grad rechts oben, ja. Da ist noch über Wasser da hinschwimmen. Wir können nicht untertauchen und dann direkt da hinschwimmen. Nein, 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 nein. Das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. So. Anklicken. Nein. Anklicken. Nein. Gegengift. Gegengift. Oh, dauernd. Nix scheint nix zu sein dann. Nix scheint nix zu sein. Deswegen will ich das jetzt mal überspringen. Wollen wir mal hier oben noch gucken. Guck mal hier ist noch ne Stelle. Hm? What the fuck? Was? Drei Pillipper, zwei Wingull. Hahaha. Aber schön in Reihe und Glied. Alter Kacke. Okay. Hier ist noch ne Herzschuppe und hier können wir weitergehen. So, jetzt reicht's. Kurz, wo bist du? Oh, hier ist noch was, okay. So. Calcium? Ja. So gerade. Oh, warte. Kommt dann nix mehr? Herzschuppe. Herzschuppe. Oh, hier ist noch nichts mehr. Okay. Aber was wir mal machen könnten, wir könnten ja mal nördlich von Moosbach gehen. Da war doch diese komische Ebbe- und Fluthöhle, oder? Stimmt. Komm, lass uns doch mal da hinfliegen. Wenn du dann da unten durch bist. Moment. Wir sind gerade noch ein paar Meter. Hm, ich flieg gerade. Oh. Hier ist so ne verstecktes Eiland gerade. Mit, äh, mit nem Pupostück. Pupostück? Wesen, ob du schon hast. Hm? Nee. Das wäre da... Wo hab ich denn da angefangen zu tauchen? Neben, neben der Schatzsucherhöhle da. Ungefähr so ein bisschen. Bisschen weiter nördlich. Neben der Schatzsucherhöhle. Kannst du tauchen oder kannst du so einen Weg lang schwimmen? Kalzium? Hm. So. Kalzium? Kalzium hab ich gefunden, ja. Achso. Da warst du hier schon, dann... Da war ich da schon... Hier ist Gegengift. Das andere Item da, was da noch ist. Tauch mal nicht auf. Ich glaub ich weiß, wo du bist. So, hier lang. Ach hier, da. Wo warst du denn? Nach links. Nach links. Und da ist noch ne Stelle zum Auftauchen. Nach links. Wo ist ne Stelle zum Auftauchen? Ja, einfach den Weg folgen. Ist ganz nach hinten. Okay. Ganz oben links, irgendwo da ist noch ne Stelle zum Auftauchen. Also da, wo kein Item rumliebt, ne? Ja, genau. Da bin ich aufgetaucht und von dort bin ich nach Moosbach geflogen. Äh... Äh, ja. Das Item solltest du schon mitnehmen. Ich dachte, ich wär im fetten Meer jetzt da durchgelandet. Okay. Äh? Äh? Ganz oben rechts hier ist noch ne Stelle zum Untertauchen. Und da kommt man dann zu diesem Item, was man vorher gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du das auch schon hast. Das müsste ich dann haben. Ich geh mal direkt jetzt zu diesem komischen Puperstückhändler. Gucken, was der uns gibt. Oh! So! Hast du Scherben antiker Werkzeuge gesehen? Oh hey! Okay. Das ist genau die Scheibe... Das ist genau eine Scherbe. Genau die ich suche. Oh, du musst unbedingt mit mir tauschen. Ich gebe dir etwas Gutes dafür. Was möchtest du tauschen? Puperstück, ja. Äh, gegen Feuerstein? Ja, Reinhold. Gelbstück. Gelbstück ist das. Ah, Puperstück gibt's, äh, Feuerstein. Gelbstück gibt's bestimmt Donnerstein oder so. Da gibt's die Steine dann, vermutlich. Hm. Ups. Naja, dann ab nach Moosbach City. Gut. Erstmal schön abgesucht, das ist gut. So, und dann schlage ich vor. Die Ebbe- und Fluthöhle machen wir in deiner Folge, oder? Ja. Zumindest mal angucken, ob sie da ist. Eben. Dann, das Rätsel, ob die Ebbe- und Fluthöhle da ist, werdet ihr in der nächsten Folge bei Patty sehen. Heißt am... Küstenhöhle heißt das Ding. Küstenhöhle heißt das Ding. Okay. Dann die Küstenhöhle. Werden wir dann am Mittwoch sehen. Ach komm. Nun, lass mich doch mal hier abmoderieren. Nein. Okay. Tschüss. Dann bis nächstes Mal. Schaltet ein. Tschau. setzens Mal. Dann den